Guten Tag, mein Name ist Maren Kaiser. Ich komme aus Hamburg, das ist in Norddeutschland. Ich lebe mit meinem Mann und meinen drei Kindern in Halle. Ich bin Programmiererin und arbeite seit sechs Jahren bei Brüder und Hansen. Ich arbeite viel mit Computern und schreibe Programme für Computer. Hier bitte, das ist meine Karte. Wir fahren auf unserer Route jetzt durch den Tiergarten. Links seht ihr das Schloss Bellevue. Das ist der Sitz des Bundespräsidenten. Jetzt links kommt das neue Bundeskanzleramt. Die Berliner nennen das Gebäude Waschmaschine. Vor uns seht ihr den Reichstag und jetzt rechts das Brandenburger Tor. Dort hinten ist der Potsdamer Platz. Dort ist auch das Sony Center. Wir sind jetzt in der Straße unter den Linden. Hier sind viele Botschaften. Rechts das große Haus, das ist die russische Botschaft. Wir fahren jetzt über die Friedrichstraße. Das ist eine beliebte Einkaufsstraße. Die Staatsoper ist hier rechts. Links kommt die Humboldt-Universität. Und jetzt fahren wir über die Schlossbrücke. Links, das ist der Berliner Dom. Und dann kommt die alte Nationalgalerie. Vor uns sehen wir den Fernsehturm auf dem Alexanderplatz. Entschuldigung, wie kommen wir von hier zum Pergamon-Museum? Das ist ganz leicht. Hier ist das Rote Rathaus. Sie gehen geradeaus bis zur Karl-Liebknecht-Straße. Dann nach links am Berliner Dom vorbei. Danach ist es die erste Straße rechts und Sie kommen direkt zum Pergamon-Museum. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, wir suchen die Staatsoper. Das ist nicht weit. Gehen Sie hier an der U-Bahn die Friedrichstraße immer geradeaus bis zur Straße unter den Linden. Dann biegen Sie nach rechts, gehen geradeaus und finden auf der rechten Seite die Staatsoper. Viel Spaß. Dankeschön. Entschuldigung, wo ist das Schloss? Das Schloss? Ah ja. Gehen Sie die Straße hier links bis zum Schillerplatz und dann geradeaus bis zur Galerie. Bei der Galerie biegen Sie wieder links ab. Da ist dann das Schloss. Entschuldigung, ich will zum Schloss. Können Sie mir helfen? Ja, das ist einfach. Gehen Sie geradeaus bis zur dritten Kreuzung. Dann gehen Sie links und immer weiter geradeaus. Das Schloss ist das große Gebäude auf der rechten Seite. Wo warst du im Urlaub? Ich war im Allgäu. Und wie war's? Es war super und auch das Wetter war gut. Wo wart ihr in den Ferien? An der Ostsee, auf Rügen. Es war nicht so schön. Warum? Es hat oft geregnet. Hast du schon Urlaub gemacht? Nein, wir machen erst im August Urlaub. Und was macht ihr? Wir fahren nach Österreich. Wir wollen in den Bergen wandern. Oh, schön. Warst du im Urlaub? Nein, ich mache dieses Jahr keinen Urlaub. Ich bin Kerstin Bichele. Ich war auf der Insel Sylt. Ich habe Freunde getroffen. Wir sind oft Rad gefahren und haben die Insel angesehen. Und ich habe immer lange geschlafen. Hallo, ich bin Markus Demme. Ich habe im Urlaub einen Freund in München besucht. Wir haben die Stadt besichtigt und dann sind wir in die Alpen gefahren. Wir sind viel gewandert. Ich bin Manja. Ich war in den Ferien an der Ostsee. Ich war oft am Strand. Ich habe in der Sonne gelegen, viel gebadet und gelesen. Kommt mit in meine Stadt. Heute machen wir einen Spaziergang durch die Stadt Linz mit Thomas Seifert. Hi, ich bin Thomas und lebe seit 15 Jahren in Linz. Für Menschen, die noch nie in Linz waren, die Stadt liegt an der Donau im Nordosten von Österreich. Viele Touristen fahren gern mit einem Schiff auf der Donau. So sieht man die Stadt vom Wasser. Linz ist die Stadt der Kultur. 2009 war Linz sogar die Kulturhauptstadt Europas. Hier gibt es viel Theater und Musik. Im Frühling und Sommer gibt es viele Festivals. Ich gehe jedes Jahr im Mai zum Linzfest, einem Musikfestival. Dort gibt es tolle Musik aus ganz Europa. Eine wichtige Touristenattraktion ist auch der Mariendom. Wenn Sie nach Linz kommen, müssen Sie unbedingt die Linzer Torte probieren. Sie ist sehr lecker und es gibt sie schon seit 1653. Und zum Schluss meine persönliche Empfehlung. Besuchen Sie auch den Botanischen Garten. Dort ist es schön ruhig und man kann dort den Stadtstress vergessen. Also, ich mache Urlaub immer in der Türkei in einem schönen Hotel am Strand. Ich liebe den Strand und das Meer. Ich lese gern und viel. Museen oder Städtetouren finde ich langweilig. Ich fahre immer mit zwei Freunden in den Urlaub. Wir haben zusammen viel Spaß. Guten Tag, ich hätte gern zwei Kilo Kartoffeln. Was darf es sein? Ein Kilo Äpfel, bitte. Sie wünschen? Ich nehme zehn Eier. Darf es noch etwas sein? Ja, bitte noch vier Bananen. Bitte schön. Acht Brötchen, bitte. Ich gehe einkaufen. Was soll ich kaufen? Zwei Liter Milch, acht Brötchen, hundert Gramm Salami. Warte, warte, ich schreibe einen Einkaufszettel. So, noch einmal bitte. Zwei Stück Butter, zwei Liter Milch, acht Bananen, acht Brötchen, hundert Gramm Salami, ein Stück Käse, ein Stück Käse, ein Brot und vier Paprika. Wo ist mein Einkaufszettel? Ach ja, hier. So, was brauchen wir? Ein Liter Milch, zwei Stück Butter, vier Joghurt, sechs Eier, ein Kilo Kartoffeln, ein Eis, Nudeln, 500 Gramm Erdbeeren, fünf Äpfel. Ein Kilo Tomaten, nur 3,99, ein Kilo Äpfel, 2,95. Kommen Sie näher, heute haben wir ein großes Angebot. Ein Bund Möhren, nur 1,49 und 500 Gramm Erdbeeren, nur 1,99. Liebe Frau, schauen Sie, ein Kilo Kartoffeln, 1,80. Danke, Kartoffeln brauche ich nicht. Aber was kosten die Gurken? Nur 1,29 das Stück. Zwei Stück gebe ich Ihnen für zwei Euro. Gut, dann nehme ich zwei Gurken. Frau Günther, was sind die Modetrends für den Frühling und Sommer? Im Frühling bleibt es klassisch. Frauen und Männer tragen die Farbe weiß. Und der Trend für den Sommer? Für den Sommer gibt es dieses Jahr viele Farben. Bei den Frauen sieht man viel Gelb und Rot. Männer tragen hellblau. Und welches Kleidungsstück ist im Sommer besonders in? Für Frauen ist es das Sommerkleid. Bunt oder in Rot und Pink. Bei den Männern sind es helle Hosen. Männer tragen auch wieder mehr Hüte. Träckst du gern Röcke? Nein, ich trage lieber Hosen. Und magst du T-Shirts? Ja, ich liebe T-Shirts. Träckst du gern Anzüge? Nein, ich trage lieber Kapuzenpullover. Und magst du Hemden? Hemden? Nein, ich mag keine Hemden. Herzlich Willkommen beim Europawetter. In Madrid sind 27 Grad und es ist leicht bewölkt. In Lissabon ist es mit 30 Grad sehr heiß, aber windig. In Paris ist es sonnig bei 24 Grad. In London regnet es und es sind 19 Grad. In Berlin und Wien ist es warm mit 23 Grad, aber bewölkt. In Budapest gibt es leichten Regen und 25 Grad. In Warschau scheint die Sonne und es sind 22 Grad. In Kopenhagen ist es mit 18 Grad kalt und windig. Praxis Dr. Otto, Viola, was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, mein Name ist Aigner. Ich fühle mich nicht gut. Ich möchte einen Termin bei Frau Dr. Otto. Heute ist die Praxis voll, aber morgen um 8.30 Uhr können Sie kommen. Morgen ist Dienstag. Ja, das ist gut. Also bis morgen 8.30 Uhr, Herr Aigner. Und bringen Sie bitte Ihre Versicherungskarte mit. Guten Morgen, mein Name ist Aigner. Ich habe einen Termin. Morgen, Herr Aigner. Waren Sie in diesem Quartal schon mal bei uns? Nein, in diesem Quartal noch nicht. Dann brauche ich Ihre Versichertenkarte. Hier, bitte. Muss ich warten? Nein, Sie können gleich ins Arztzimmer gehen. Knien Sie auf dem Boden. Stellen Sie die Füße auf und strecken Sie Ihre Beine und Arme. Heben Sie Ihren Po. Ihr Rücken ist gerade. Gehen Sie auf die Knie. Die Hände sind fest am Boden. Heben Sie Ihren Oberkörper. Der Rücken ist nicht gerade. Legen Sie den Kopf nach unten. Legen Sie sich auf den Bauch. Heben Sie Ihren Oberkörper mit den Armen hoch. Strecken Sie Ihren Kopf. Stehen Sie gerade. Legen Sie den linken Fuß an das rechte obere Bein. Die Arme sind vor dem Körper. Ich habe seit Tagen Halsschmerzen und keinen Appetit. Ja, Sie haben eine leichte Grippe. Bleiben Sie zu Hause und ruhen Sie sich aus. Ich verschreibe Ihnen Tabletten, dann geht es Ihnen besser. Wie oft nehme ich die Tabletten? Nehmen Sie die Tabletten zweimal am Tag vor dem Essen. Trinken Sie keinen Alkohol, aber trinken Sie viel Tee. Essen Sie viel Gemüse und Suppe. In ein paar Tagen geht es Ihnen besser. Guten Tag, Herr Aigner. Was fehlt Ihnen denn? Ich habe seit drei Tagen Fieber. Mein Hals tut weh und ich habe Kopfschmerzen. Sagen Sie mal A. A. Husten Sie mal. Alles rot. Sie haben eine Angina. Wie bitte? Eine schwere Halsentzündung. Sie sind stark erkältet. Ich verschreibe Ihnen Tabletten und Hustensaft. Bitte nehmen Sie die am Morgen, Mittag und Abend. Rauchen Sie? Ja, aber nicht viel. So 20 Zigaretten am Tag. Aha. Ich schreibe Sie eine Woche krank. Sie müssen viel trinken und Sie dürfen natürlich nicht rauchen. Bitte machen Sie einen Termin für nächste Woche. Gute Besserung. Dann bis nächste Woche. Auf Wiedersehen, Frau Doktor. Guten Tag. Mein Name ist Maren Kaiser. Ich komme aus Hamburg. Das ist in Norddeutschland. Ich lebe mit meinem Mann und meinen drei Kindern in Halle. Ich bin Programmiererin und arbeite seit sechs Jahren bei Brüder und Hansen. Ich arbeite viel mit Computern und schreibe Programme für Computer. Hier bitte. Das ist meine Karte. Wir fahren auf unserer Route jetzt durch den Tiergarten. Links seht ihr das Schloss Bellevue. Das ist der Sitz des Bundespräsidenten. Jetzt links kommt das neue Bundeskanzleramt. Die Berliner nennen das Gebäude Waschmaschine. Vor uns seht ihr den Reichstag und jetzt rechts das Brandenburger Tor. Dort hinten ist der Potsdamer Platz. Dort ist auch das Sony Center. Wir sind jetzt in der Straße unter den Linden. Hier sind viele Botschaften. Rechts das große Haus. Das ist die russische Botschaft. Wir fahren jetzt über die Friedrichstraße. Das ist eine beliebte Einkaufsstraße. Die Staatsoper ist hier rechts. Links kommt die Humboldt-Universität. Und jetzt fahren wir über die Schlossbrücke. Links, das ist der Berliner Dom. Und dann kommt die alte Nationalgalerie. Vor uns sehen wir den Fernsehturm auf dem Alexanderplatz. Entschuldigung, wie kommen wir von hier zum Pergamon-Museum? Das ist ganz leicht. Hier ist das Rote Rathaus. Sie gehen geradeaus bis zur Karl-Liebknecht-Straße. Dann nach links am Berliner Dom vorbei. Danach ist es die erste Straße rechts. Und Sie kommen direkt zum Pergamon-Museum. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, wir suchen die Staatsoper. Das ist nicht weit. Gehen Sie hier an der U-Bahn die Friedrichstraße immer geradeaus bis zur Straße unter den Linden. Dann biegen Sie nach rechts, gehen geradeaus und finden auf der rechten Seite die Staatsoper. Entschuldigung, wo ist das Schloss? Das Schloss? Ah ja. Gehen Sie die Straße hier links bis zum Schillerplatz und dann geradeaus bis zur Galerie. Bei der Galerie biegen Sie wieder links ab. Da ist dann das Schloss. Entschuldigung, ich will zum Schloss. Können Sie mir helfen? Ja, das ist einfach. Gehen Sie geradeaus bis zur dritten Kreuzung. Dann gehen Sie links und immer weiter geradeaus. Das Schloss ist das große Gebäude auf der rechten Seite. Wo warst du im Urlaub? Ich war im Allgäu. Und wie war's? Es war super und auch das Wetter war gut. Wo wart ihr in den Ferien? An der Ostsee, auf Rügen. Ich bin Justin Bichele. Ich war auf der Insel Sylt. Ich habe Freunde getroffen. Wir sind oft Rad gefahren und haben die Insel angesehen. Und ich habe immer lange geschlafen. Hallo, ich bin Markus Demme. Ich habe im Urlaub einen Freund in München besucht. Wir haben die Stadt besichtigt und dann sind wir in die Alpen gefahren. Wir sind viel gewandert. Ich bin Manja. Ich war in den Ferien an der Ostsee. Ich war oft am Strand. Ich habe in der Sonne gelegen, viel gebadet und gelesen. Kommt mit in meine Stadt. Heute machen wir einen Spaziergang durch die Stadt Linz mit Thomas Seifert. Hi, ich bin Thomas und lebe seit 15 Jahren in Linz. Für Menschen, die noch nie in Linz waren, die Stadt liegt an der Donau im Nordosten von Österreich. Viele Touristen fahren gern mit einem Schiff auf der Donau. So sieht man die Stadt vom Wasser. Linz ist die Stadt der Kultur. 2009 war Linz sogar die Kulturhauptstadt Europas. Hier gibt es viel Theater und Musik. Im Frühling und Sommer gibt es viele Festivals. Ich gehe jedes Jahr im Mai zum Linzfest, einem Musikfestival. Dort gibt es tolle Musik aus ganz Europa. Eine wichtige Touristenattraktion ist auch der Mariendom. Wenn Sie nach Linz kommen, müssen Sie unbedingt die Linzer Torte probieren. Sie ist sehr lecker und es gibt sie schon seit 1653. Und zum Schluss meine persönliche Empfehlung. Besuchen Sie auch den Botanischen Garten. Dort ist es schön ruhig und man kann dort den Stadtstress vergessen. Also, ich mache Urlaub immer in der Türkei in einem schönen Hotel am Strand. Ich liebe den Strand und das Meer. Ich lese gern und viel. Museen oder Städtetouren finde ich langweilig. Ich fahre immer mit zwei Freunden in den Urlaub. Wir haben zusammen viel Spaß. Guten Tag, ich hätte gern zwei Kilo Kartoffeln. Was darf es sein? Ein Kilo Äpfel, bitte. Sie wünschen? Ich nehme zehn Eier. Darf es noch etwas sein? Ja, bitte noch vier Bananen. Bitteschön. Acht Brötchen, bitte. Ich gehe einkaufen. Was soll ich kaufen? Zwei Liter Milch, acht Brötchen, hundert Gramm Salami. Warte, warte, warte. Ich schreibe einen Einkaufszettel. So, noch einmal bitte. Zwei Stück Butter, zwei Liter Milch, acht Bananen, acht Brötchen, hundert Gramm Salami, ein Stück Käse, ein Brot und vier Paprika. Wo ist mein Einkaufszettel? Ach ja, hier. So, was brauchen wir? Ein Liter Milch, zwei Stück Butter, vier Joghurt, sechs Eier, ein Kilo Kartoffeln, ein Eis, Nudeln, fünf Hundert Gramm Erdbeeren, fünf Äpfel. Ein Kilo Tomaten, nur 3,99. Ein Kilo Äpfel, 2,95. Kommen Sie näher, heute haben wir ein großes Angebot. Ein Bund Möhren, nur 1,49. Und fünfhundert Gramm Erdbeeren, nur 1,99. Liebe Frau, schauen Sie, ein Kilo Kartoffeln, 1,80. Danke, Kartoffeln brauche ich nicht. Aber was kosten die Gurken? Nur 1,29 das Stück. Zwei Stück gebe ich Ihnen für zwei Euro. Gut, dann nehme ich zwei Gurken. Frau Günther, was sind die Modetrends für den Frühling und Sommer? Im Frühling bleibt es klassisch. Frauen und Männer tragen die Farbe weiß. Und der Trend für den Sommer? Für den Sommer gibt es dieses Jahr viele Farben. Bei den Frauen sieht man viel Gelb und Rot. Männer tragen hellblau. Und welches Kleidungsstück ist im Sommer besonders in? Für Frauen ist es das Sommerkleid. Bunt oder in Rot und Pink. Bei den Männern sind es helle Hosen. Männer tragen auch wieder mehr Hüte. Trägst du gern Röcke? Nein, ich trage lieber Hosen. Und magst du T-Shirts? Ja, ich liebe T-Shirts. Trägst du gern Anzüge? Nein, ich trage lieber Kapuzenpullover. Und magst du Hemden? Hemden? Nein, ich mag keine Hemden. Herzlich Willkommen beim Europawetter. In Madrid sind 27 Grad und es ist leicht bewölkt. In Lissabon ist es mit 30 Grad sehr heiß, aber windig. In Paris ist es sonnig bei 24 Grad. In London regnet es und es sind 19 Grad. In Berlin und Wien ist es warm mit 23 Grad, aber bewölkt. In Budapest gibt es leichten Regen und 25 Grad. In Warschau scheint die Sonne und es sind 22 Grad. In Kopenhagen ist es mit 18 Grad kalt und windig. Praxis Dr. Otto, Viola, was kann ich für Sie tun? Guten Morgen. Mein Name ist Aigner. Ich fühle mich nicht gut. Ich möchte einen Termin bei Frau Dr. Otto. Heute ist die Praxis voll, aber morgen um 8.30 Uhr können Sie kommen. Morgen ist Dienstag. Ja, das ist gut. Also bis morgen 8.30 Uhr, Herr Aigner. Und bringen Sie bitte Ihre Versicherungskarte mit. Guten Morgen. Mein Name ist Aigner. Ich habe einen Termin. Morgen, Herr Aigner. Waren Sie in diesem Quartal schon mal bei uns? Nein, in diesem Quartal noch nicht. Dann brauche ich Ihre Versichertenkarte. Hier, bitte. Muss ich warten? Nein, Sie können gleich ins Arztzimmer gehen. Knien Sie auf dem Boden. Stellen Sie die Füße auf und strecken Sie Ihre Beine und Arme. Heben Sie Ihren Po. Ihr Rücken ist gerade. Gehen Sie auf die Knie. Die Hände sind fest am Boden. Heben Sie Ihren Oberkörper. Der Rücken ist nicht gerade. Legen Sie den Kopf nach unten. Legen Sie sich auf den Bauch. Heben Sie Ihren Oberkörper mit den Armen hoch. Strecken Sie Ihren Kopf. Stehen Sie gerade. Legen Sie den linken Fuß an das rechte obere Bein. Ich habe seit Tagen Halsschmerzen und keinen Appetit. Ja, Sie haben eine leichte Grippe. Bleiben Sie zu Hause und ruhen Sie sich aus. Ich verschreibe Ihnen Tabletten, dann geht es Ihnen besser. Wie oft nehme ich die Tabletten? Nehmen Sie die Tabletten zweimal am Tag vor dem Essen. Trinken Sie keinen Alkohol, aber trinken Sie viel Tee. Essen Sie viel Gemüse und Suppe. In ein paar Tagen geht es Ihnen besser. Guten Tag, Herr Aigner. Was fehlt Ihnen denn? Ich habe seit drei Tagen Fieber. Mein Hals tut weh und ich habe Kopfschmerzen. Sagen Sie mal A. A. Husten Sie mal. Alles rot. Sie haben eine Angina. Wie bitte? Eine schwere Halsentzündung. Sie sind stark erkältet. Ich verschreibe Ihnen Tabletten und Hustensaft. Bitte nehmen Sie die am Morgen, Mittag und Abend. Rauchen Sie? Ja, aber nicht viel. So 20 Zigaretten am Tag. Aha. Ich schreibe Sie eine Woche krank. Sie müssen viel trinken und Sie dürfen natürlich nicht rauchen. Bitte machen Sie einen Termin für nächste Woche. Gute Besserung. Dann bis nächste Woche. Auf Wiedersehen, Frau Doktor. Guten Tag. Mein Name ist Maren Kaiser. Ich komme aus Hamburg. Das ist in Norddeutschland. Ich lebe mit meinem Mann und meinen drei Kindern in Halle. Ich bin Programmiererin und arbeite seit sechs Jahren bei Brüder und Hansen. Ich arbeite viel mit Computern und schreibe Programme für Computer. Hier bitte. Das ist meine Karte. Wir fahren auf unserer Route jetzt durch den Tiergarten. Links seht ihr das Schloss Bellevue. Das ist der Sitz des Bundespräsidenten. Jetzt links kommt das neue Bundeskanzleramt. Die Berliner nennen das Gebäude Waschmaschine. Vor uns seht ihr den Reichstag und jetzt rechts das Brandenburger Tor. Dort hinten ist der Potsdamer Platz. Dort ist auch das Sony Center. Wir sind jetzt in der Straße unter den Linden. Hier sind viele Botschaften. Rechts das große Haus. Das ist die russische Botschaft. Wir fahren jetzt über die Friedrichstraße. Das ist eine beliebte Einkaufsstraße. Die Staatsoper ist hier rechts. Links kommt die Humboldt-Universität. Und jetzt fahren wir über die Schlossbrücke. Links, das ist der Berliner Dom. Und dann kommt die alte Nationalgalerie. Vor uns sehen wir den Fernsehturm auf dem Alexanderplatz. Entschuldigung, wie kommen wir von hier zum Pergamon-Museum? Das ist ganz leicht. Hier ist das Rote Rathaus. Sie gehen geradeaus bis zur Karl-Liebknecht-Straße. Dann nach links am Berliner Dom vorbei. Danach ist es die erste Straße rechts und Sie kommen direkt zum Pergamon-Museum. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, wir suchen die Staatsoper. Das ist nicht weit. Gehen Sie hier an der U-Bahn die Friedrichstraße immer geradeaus bis zur Straße unter den Linden. Dann biegen Sie nach rechts, gehen geradeaus und finden auf der rechten Seite die Staatsoper. Viel Spaß. Danke schön. Entschuldigung, wo ist das Schloss? Das Schloss? Ah ja. Gehen Sie die Straße hier links bis zum Schillerplatz und dann geradeaus bis zur Galerie. Bei der Galerie biegen Sie wieder links ab. Da ist dann das Schloss. Entschuldigung, ich will zum Schloss. Können Sie mir helfen? Ja, das ist einfach. Gehen Sie geradeaus bis zur dritten Kreuzung. Dann gehen Sie links und immer weiter geradeaus. Das Schloss ist das große Gebäude auf der rechten Seite. Wo warst du im Urlaub? Ich war im Allgäu. Und wie war's? Es war super und auch das Wetter war gut. Wo wart ihr in den Ferien? An der Ostsee, auf Rügen. Es war nicht so schön. Warum? Es hat oft geregnet. Hast du schon Urlaub gemacht? Nein, wir machen erst im August Urlaub. Und was macht ihr? Wir fahren nach Österreich. Wir wollen in den Bergen wandern. Oh, schön. Warst du im Urlaub? Nein, ich mache dieses Jahr keinen Urlaub. Ich bin Kerstin Bichele. Ich war auf der Insel Sylt. Ich habe Freunde getroffen. Wir sind oft Rad gefahren und haben die Insel angesehen. Und ich habe immer lange geschlafen. Hallo, ich bin Markus Demme. Ich habe im Urlaub einen Freund in München besucht. Wir haben die Stadt besichtigt und dann sind wir in die Alpen gefahren. Wir sind viel gewandert. Ich bin Manja. Ich war in den Ferien an der Ostsee. Ich war oft am Strand. Ich habe in der Sonne gelegen, viel gebadet und gelesen. Kommt mit in meine Stadt. So sieht man die Stadt vom Wasser. Linz ist die Stadt der Kultur. 2009 war Linz sogar die Kulturhauptstadt Europas. Hier gibt es viel Theater und Musik. Im Frühling und Sommer gibt es viele Festivals. Ich gehe jedes Jahr im Mai zum Linzfest, einem Musikfestival. Dort gibt es tolle Musik aus ganz Europa. Eine wichtige Touristenattraktion ist auch der Mariendom. Wenn Sie nach Linz kommen, müssen Sie unbedingt die Linzer Torte probieren. Sie ist sehr lecker. Und es gibt sie schon seit 1653. Und zum Schluss meine persönliche Empfehlung. Besuchen Sie auch den Botanischen Garten. Dort ist es schön ruhig und man kann dort den Stadtstress vergessen. Hi. Ich fahre gern in den Urlaub. Ich mache gern Sporturlaub. Letztes Jahr habe ich eine Radtour gemacht. Ich bin mit dem Rad in die Berge gefahren. 300 Kilometer. Dort bin ich dann viel gewandert und Rad gefahren. Also, ich mache Urlaub immer in der Türkei in einem schönen Hotel am Strand. Ich liebe den Strand und das Meer. Ich lese gern und viel. Museen oder Städtetouren finde ich langweilig. Ich fahre immer mit zwei Freunden in den Urlaub. Wir haben zusammen viel Spaß. Ich mache gern Städteurlaube. In Europa war ich schon in vielen Städten. Zum Beispiel in London, Paris, Budapest oder Sevilla. Ich gehe gern in Cafés und Museen. Ich fahre immer mit meiner Freundin in den Urlaub. Nächstes Jahr fahren wir nach Brüssel. Guten Tag. Ich hätte gern zwei Kilo Kartoffeln. Was darf es sein? Ein Kilo Äpfel, bitte. Sie wünschen? Ich nehme zehn Eier. Darf es noch etwas sein? Ja, bitte noch vier Bananen. Bitteschön. Acht Brötchen, bitte. Ich gehe einkaufen. Was soll ich kaufen? Zwei Liter Milch, acht Brötchen, 100 Gramm Salami. Warte, warte. Ich schreibe einen Einkaufszettel. So, noch einmal bitte. Zwei Stück Butter, zwei Liter Milch, acht Bananen, acht Brötchen, 100 Gramm Salami, ein Stück Käse, ein Brot und vier Paprika. Wo ist mein Einkaufszettel? Ach ja, hier. So, was brauchen wir? Ein Liter Milch, zwei Stück Butter, vier Joghurt, sechs Eier, ein Kilo Kartoffeln, ein Eis, Nudeln, 500 Gramm Erdbeeren, fünf Äpfel. Ein Kilo Tomaten, nur 3,99. Ein Kilo Äpfel, 2,95. Kommen Sie näher, heute haben wir ein großes Angebot. Ein Bund Möhren, nur 1,49. Und 500 Gramm Erdbeeren, nur 1,99. Liebe Frau, schauen Sie, ein Kilo Kartoffeln, 1,80. Danke. Kartoffeln brauche ich nicht. Aber was kosten die Gurken? Nur 1,29 das Stück. Zwei Stück gebe ich Ihnen für zwei Euro. Gut, dann nehme ich zwei Gurken. Frau Günther, was sind die Modetrends für den Frühling und Sommer? Im Frühling bleibt es klassisch. Frauen und Männer tragen die Farbe weiß. Und der Trend für den Sommer? Für den Sommer gibt es dieses Jahr viele Farben. Bei den Frauen sieht man viel Gelb und Rot. Männer tragen hellblau. Und welches Kleidungsstück ist im Sommer besonders in? Für Frauen ist es das Sommerkleid. Für Frauen ist es das Sommerkleid. Bunt oder in Rot und Pink. Bei den Männern sind es helle Hosen. Männer tragen auch wieder mehr Hüte. Träckst du gern Röcke? Nein, ich trage lieber Hosen. Und magst du T-Shirts? Ja, ich liebe T-Shirts. Träckst du gern Anzüge? Nein, ich trage lieber Kapuzenpullover. Und magst du Hemden? Hemden? Nein, ich mag keine Hemden. Herzlich Willkommen beim Europawetter. Praxis Dr. Otto, Viola, was kann ich für Sie tun? Guten Morgen. Mein Name ist Aigner. Ich fühle mich nicht gut. Ich möchte einen Termin bei Frau Dr. Otto. Heute ist die Praxis voll. Aber morgen um 8.30 Uhr können Sie kommen. Morgen ist Dienstag. Ja, das ist gut. Also bis morgen 8.30 Uhr, Herr Aigner. Und bringen Sie bitte Ihre Versicherungskarte mit. Guten Morgen. Mein Name ist Aigner. Ich habe einen Termin. Morgen, Herr Aigner. Waren Sie in diesem Quartal schon mal bei uns? Nein, in diesem Quartal noch nicht. Dann brauche ich Ihre Versichertenkarte. Hier, bitte. Muss ich warten? Nein, Sie können gleich ins Arztzimmer gehen. Knien Sie auf dem Boden. Stellen Sie die Füße auf und strecken Sie Ihre Beine und Arme. Heben Sie Ihren Po. Ihr Rücken ist gerade. Gehen Sie auf die Knie. Die Hände sind fest am Boden. Heben Sie Ihren Oberkörper. Der Rücken ist nicht gerade. Legen Sie den Kopf nach unten. Legen Sie sich auf den Bauch. Heben Sie Ihren Oberkörper mit den Armen hoch. Strecken Sie Ihren Kopf. Stehen Sie gerade. Legen Sie den linken Fuß an das rechte obere Bein. Die Arme sind vor dem Körper. Ich habe seit Tagen Halsschmerzen und keinen Appetit. Ja, Sie haben eine leichte Grippe. Bleiben Sie zu Hause und ruhen Sie sich aus. Ich verschreibe Ihnen Tabletten, dann geht es Ihnen besser. Wie oft nehme ich die Tabletten? Nehmen Sie die Tabletten zweimal am Tag vor dem Essen. Trinken Sie keinen Alkohol, aber trinken Sie viel Tee. Essen Sie viel Gemüse und Suppe. In ein paar Tagen geht es Ihnen besser. Guten Tag, Herr Aigner. Was fehlt Ihnen denn? Ich habe seit drei Tagen Fieber. Mein Hals tut weh und ich habe Kopfschmerzen. Sagen Sie mal A. Husten Sie mal. Alles rot. Sie haben eine Angina. Wie bitte? Eine schwere Halsentzündung. Sie sind stark erkältet. Ich verschreibe Ihnen Tabletten und Hustensaft. Bitte nehmen Sie die am Morgen, Mittag und Abend. Rauchen Sie? Ja, aber nicht viel. So 20 Zigaretten am Tag. Aha, ich schreibe Sie eine Woche krank. Sie müssen viel trinken und Sie dürfen natürlich nicht rauchen. Bitte machen Sie einen Termin für nächste Woche. Gute Besserung. Dann bis nächste Woche. Auf Wiedersehen, Frau Doktor. Tschüss. So Untertitelung des ZDF, 2020